ich habe überall um das Lager Sprengladung verteilt ihr beide müsst sie nur scharf machen und die erste ist genau vor euch so und da geht es weiter auch schon beim Kapitel 3 Bonio und jetzt sind wir mit Salih und Nathan Drake ich habe auch ein Sprengchen für euch okay die hätten wir nicht den Knopf drücken los drückt drauf Salih wenn alle Sprengladungen scharf sind die reden immer so viel ja bestimmt auch die die werden uns nicht stören komm mit Salih ich schwitze wie ne Nonne im Freibad was macht die Nonne denn dort? Sonnen eine Nonne die sich sonnt hm da sind schon die ersten Gegner ich versuche sie mal leise auszuschalten die machen wir fertig ganz leise ja will ich hoffen Kampion ich warte mal bis der sich auch umgedreht hat weil und wenn der jetzt irgendwie so warten wir jetzt zack einfach den Knick gebrochen so dann haben wir noch die AK-Aufgabeln und dann haben wir den zack bis dann so weiter geht's da sind noch mehr Gegner ich hab schon schwimmen heute wenn Lazarevic nicht so jammern hört hm jetzt müssen wir gucken Kletter gut drei stück ich sag dir leise nicht wir haben die mich jetzt gesehen warum haben die mich jetzt gesehen wie fühlt sich das an so daneben so ob ich will mal irgendwie im Viereck drücken haben die noch ein bisschen mehr Money für mich so ne alle haben nichts mehr wir können uns da rüberschwingen so dann geht's mir hier nach oben ok warte Opa wir suchen einen anderen Weg nach oben genau jetzt müssen wir extra sein die noch einen Weg nach oben suchen ich fasse es nicht so ja geht drauf danke so da ist noch Money aber die brauchen wir nicht und das müssen wir anscheinend nach unten drücken ja was sonst los drücken den hätt's eigentlich treffen müssen klasse da lange so der ausgrabungsstätte 1 sie müsste links zurück sein sie haben uns entdeckt ja egal wir dürfen das Lager nicht informieren so das ist doch eh übel laut eigentlich doch das waren alle ja so weiter geht's das erste Lager sollte jetzt vor euch sein das vier weitere Sprengladungen aber die Luft sollte wirklich rein sein bevor ihr sie scharf macht zack zack das senkt schon unnötig hier das aber egal so da ist also das Lager das wir jetzt in die Luft sprengen werden da ist das Lager bist du bereit? auf geht's dann jetzt versuchen wir es mal ein bisschen leiser ja schade dass es keine schallgedämpfte Pistole gibt oder sowas der kommt? kommt der? ja der kommt komm komm hä hey warum hat der uns jetzt gesehen? ich hasse es explodiere eben so kann man es natürlich auch machen wo lädt man irgendwie nach? ah hier ach Gott was waren das alle? ne entscheid nicht da hinten steht noch einer hier ein Stück schau so so nein ich wollte die gar nicht aufhambeln jetzt gibt es ein bisschen action lebt hier noch irgendjemand ne gut vier stück für ladungen müssen wir jetzt scharf machen da ist eine wir müssen noch drei ladungen schaffen auch zusammenladen blinkt das nächste so so es sind noch zwei übrig so dann war glaube ich hier hinten irgendwo noch eine ja okay noch eine das war's ja du musst ja nicht immer drauf klettern und da ist noch eine so genau so werden wir das machen so dann gehen wir mal jetzt hier weiter wir sind denke ich mal da oben da muss wieder hoch danke komm her ich helfe dir hoch alles klar los süßer hoch mit dir ja danke danke oh das hätte ich noch in die luft jagen können tja gute frage runter das verdammte ding geht ständig kaputt los reparieren wir erst damit wir hier raus kommen sind nicht mehr waffnet so viele sind es nicht worauf halten wir die schaffen wir weiß nicht vielleicht nein jetzt habe ich keine waffe mehr tschüss tschüss zack 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 stirb zack zack tier oder sehen ein separates cleansing er hat ein bisschen geglitscht ich weiß nicht ob wir es gesehen habt aber hier der da hinten auch folgt der schwarze immer stur dem Schlauch nach so wie in Montreal, ha? das lasst du niemals vergessen, was? zum Beispiel sowas jetzt hier Montreal, was war da? Was ist da passiert? wir wollen es alle wissen, das ist schon Kapitel 4, die Ausgrabungsstätte das heißt mir ist wieder ein kleiner Katrin damit sein bis zum nächsten Mal, ciao